Als nächstes lade ich Albert Klabeier auf die Bühne. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands und der Vorsitzende des KZ-Verbands Niederösterreich. Bitte. Liebe Freunde, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, ich möchte keine lange Rede halten. Ich möchte nur zitieren, auszugsweise, was Albrecht Konetschny, der 2012 am Rande der Demonstration gegen Burschenschaft der Ball in Wien verprügelt und schwer verletzt wurde, letztens gesagt hat. Ich zitiere. Ich halte es für einen Skandal, das in einem der Republik gehörten Gebäude stattfindet. Wie immer geht es auch um Symbole, dass in der Hofburg so ein Ball stattfindet. Mit diesen Gästen, die dafür stehen, was einfach verwerflich ist, ist eine Herausforderung, die man zumindest symbolisch attackieren muss. Man soll zeigen, dass es auch ein anderes Wien gibt. Wir wollen keine Gider, mit welcher Vorsilbe auch immer, in unserer Stadt. Es gibt nur euch. Es gibt nicht nur euch. Uns gibt es auch. Zitat Ende. Wir Nachgeborene sind nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nie wieder geschieht, dafür schon. Erinnern heißt kämpfen. Rudi, Bruder und ich wollen jetzt ein Lied spielen und singen. Das heißt, ein Lied, das beschreibt aus Wien 1938. Das Lied heißt Leg an Starr. A Eka sind da, wo er mit Konditorei, in Hand und rein waren dann die Wohnungen frei. Sind los da, wo er mit Konditorei, in Hand und rein waren dann die Wohnungen frei. A Riesen-Trarau, Leg an Starr. Fuhr des Haas, Leg an Starr. Da war ein Gymnasium, von denen wird erzählt. Von ein, der Kommandern, haben zwölf Kinder gefällt. Und weil der Direktor seine Liste korrekt war, sind sie ausnahmsos weggeschickt worden von der SA. Leg an Starr. Fuhr des Schuhl, Leg an Starr. A Sorg-Tischle-Master im 16. Hieb, hat ein jüdischen Lehrling gehabt in seinem Betrieb. Zwei Jahre ist es gegangen, dann haben sie sich's gefangen. Und schnurrsteig zum Mord, sind Platz gebrocht, oder zwei Leg an Starr. Fuhr des Werkstatt, Leg an Starr. Drei Geschichten von tausend, des Alles ist passiert. Des Endes ist nicht lückenlos dokumentiert. Bet haben wir klarheit, es haben wir die Wahrheit. Wir haben dich kennengelern, in der Schuhl, Leg an Starr. Gängs vergessen, Leg an Starr. Sie ist ewig lang her und noch lang nicht vorbei. Des Soll's und des Dörfs und des Kann's auch nicht sein. Des Bleib des Vermächtnis in unserem Gedächtnis. Sollts Leben und eine Freude haben. Dabei des Sollts auch Leg an Starr. Dass wir Leben 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 Leg an Starr. Vielen Dank.